Ich heiße Luisa. Vor eineinhalb Jahren wurde bei mir eine bipolare Störung diagnostiziert. Das bedeutet, Phasen extremer Euphorie und Hochgefühle wechseln sich ab mit schweren Depressionen. Während ich in meinen Hochphasen an Größenwahn und Realitätsverlust leide, greife ich während den depressiven Phasen im Extremfall zur Selbstverletzung. Hallo Luisa. Hallo. Party with Nice möchte von dir wissen, wie erkennt man, dass man bipolar ist? Ich habe es selbst nicht erkannt und für die meisten Leute, die das haben, ist es sehr schwer ersichtlich. Einfach dadurch, dass man gerade in den manischen Phasen nicht erkennt, dass man manisch ist, sondern denkt, man ist einfach nur gut drauf. Das wird dann durch einen Therapeuten oder in meinem Fall durch einen Neurologen festgestellt. Man macht dann einen Diagnosetest und kriegt Fragen gestellt und da wird es dann herausgefunden. Man bekommt zum Beispiel so Fragen gestellt, wie geben sie manchmal sehr viel Geld aus oder wie gut ist ihre Stimmung? Ist ihre Stimmung öfters überschwänglich? Haben sie viel Streit mit nahestehenden Personen oder haben sie manchmal ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein zum Beispiel oder ein sehr viel stärkeres Selbstbewusstsein als andere Menschen, sagen wir so. Remo möchte von dir wissen, wann hast du gemerkt, dass bei dir irgendetwas anders ist? Als ich ein Kind war, habe ich sehr viel Ängste gehabt, sehr viel mit Panikattacken zu tun gehabt und viel mit ADHS und Mobbing und solchen Dingen. Daran hat man das vielleicht gemerkt. Und dann später, als ich so 17 war, war das am extremsten. Da war ich quasi morgens komplett depressiv und total suizidal. Und dann nachmittags ging es mir wieder richtig gut und ich wollte Party machen und Drogen nehmen und Geld ausgeben und irgendwo rumreisen. Und ja. Polly Lee möchte von dir wissen, gab es einen Auslöser für deine bipolare Störung? Die Störung ist teilweise angeboren, also sie wird genetisch weitervererbt, auf jeden Fall. Bei mir ist es teils, teils. Also ja, teils durch das Trauma ausgelöst und teils durch die Vererbung. Das ist auch der Grund, weshalb ich keine leiblichen Kinder kriegen würde. Mel Mirage möchte von dir wissen, kannst du das Gefühl während einer depressiven Phase beschreiben? Für mich fühlt sich das an, als wäre ich in einem dunklen, kalten Raum eingesperrt, ohne Licht und ohne Möbel, ohne alles, einfach in einem kahlen, grauen Raum, nackt auf dem Boden und als wäre da nichts anderes außer ich mit dem Raum. Meistens versuche ich, die zu überschlafen, dadurch, dass meine Phasen sehr schnell wechseln. Ich habe das, das nennt sich Ultradian Cycles. Das bedeutet, dass die Stimmung innerhalb von ein paar Stunden wechseln kann. Und in dem Fall versuche ich das dann einfach immer so, dass ich ins Bett gehe und mich hinlege und schlafe, bis die Phasen wieder vorbei sind und versuche, die Phasen angenehmer zu machen. Sowas wie mit, ich esse Eis oder schaue irgendwelche Filme oder so und dann versuche ich, die so rumzukriegen. Was für Gedanken hast du in solchen Phasen? Sehr dunkle Gedanken. Teilweise kommen Zwangsgedanken hinzu. Und ich bin dann sehr, sehr in meinem Kopf gefangen, mache mir um alles irgendwie 10.000 Mal mehr Gedanken als sonst. Und ja, es ist irgendwie einfach alles dunkler, würde ich sagen. In den depressiven Phasen ist es schon häufiger vorgekommen, dass es dann auch zu Selbstverletzungen kam. Mittlerweile bin ich da gut raus. Ich versuche dann zu skillen und versuche, das irgendwie anders hinzukriegen. Sowas wie, ich lasse eiskaltes Wasser über meinen Arm laufen oder versuche, nicht zu kratzen oder sowas, weil es ist besser, als sich zu schneiden zum Beispiel. Früher war das sehr extrem. Da musste ich das fast jeden Tag machen, damit es wegging. Es entsteht aber aus dem Gedanken raus, dass man nichts mehr merkt. Das ist meistens in den manischen Phasen sogar schlimmer als in den depressiven. Haben deine Eltern das mitbekommen? Ich hatte einen Suizidversuch und danach habe ich es einen Monat später meinen Eltern gesagt. I am Gail möchte von dir wissen, wie hilft dir Selbstverletzung in einer depressiven Phase? Ich tue mir selbst weh, um zu sehen, was schiefläuft, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was genau der Auslöser gerade ist und versuche zu verstehen, dass es mich gibt. In den manischen Phasen ist es schlimmer. Da ist es eher sowas, dass ich denke, alles ist in meinem Kopf und ich existiere nicht wirklich. Und um zu prüfen, ob ich wirklich da bin, muss ich mich schneiden, um zu sehen, dass ich blute, dass ich menschlich bin, dass ich am Leben bin. Ivo Velo möchte von dir wissen, wie fühlst du dich während einer Hochphase? Es wechselt. Manchmal ist es unglaublich gut und wirklich so wie auf dem besten Drogentrip des Lebens. Als hätte man diese rosa-rote Brille auf. Als wäre man verliebt in die Welt und in sich selbst. Manchmal ist es furchtbar anstrengend, weil man nicht zur Ruhe kommt und weil man einen sehr starken Herzschlag hat und weil man dauernd Sport machen muss, weil die Gedanken so springen, dass man sie gar nicht greifen kann und man so genervt ist von allen Geräuschen und sowas, wenn man sich versucht zu fokussieren, aber es klappt nicht. Wenn ich manch bin, ist das ganz oft so, dass ich mich in Gedanken reinsteige, wie das fängt an mit, ich kriege eine, meiner Meinung nach, Wissenschaftstheorie in den Kopf und ich denke darüber die ganze Zeit nach und dann wechseln die Bilder und ich kriege immer mehr in meinen Kopf und irgendwann stelle ich fest, vielleicht ist das alles gar nicht echt. Dann denke ich, meine Welt ist nicht echt und die Menschen um mich rum sind nicht echt und alles fühlt sich so irreal an, dadurch, dass ich dann auch in so eine Derealisation reinfalle. Und dann kommt es ganz oft dazu, dass wenn ich quasi so weit denken kann, dass mir neue Dinge einfallen, wie Menschen wie Einstein oder Stephen Hawking oder so und wenn das alles nur in meinem Kopf ist, dann sind die Personen vielleicht eigentlich ich und sie existieren nicht, sondern sind einfach nur Produkte meiner Gedanken und das steigert sich dann so weit, bis ich irgendwann davon ausgehe, dass ich sowas bin wie Gott. Aixa Mikhailov möchte von dir wissen, hast du in deiner Hochphase schon mal etwas gemacht, das du dann bereut hast? In den schlimmsten Hochphasen war ich sehr suizidal, weil ich viel ausgetestet habe, weil ich ausprobieren wollte, ob ich sterben kann oder nicht, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich unsterblich bin. Das war sowas wie die Steigerung der Selbstverletzung zu der Zeit. Das sind auf jeden Fall Dinge, die ich bereue, sowas wie ja auch teilweise fremdgefährdend. Ich hatte damals einen Mofa, das ist zwar nur 25 kmh gefahren, aber mit dem war ich auf der Straße und habe einfach die Augen zugemacht, während ich gefahren bin, weil ich es austesten wollte und weil ich dachte, ich träume, träume meine Welt zurecht. Hast du auch andere Menschen verletzt? Mental, also durch Worte, verbal und so weiter, ja, definitiv. Aggressives Verhalten hatte ich auch, aber nicht gegen andere Menschen, also nicht, dass ich jetzt wen geschlagen hätte oder sowas, sondern eher, dass ich in mein Zimmer gegangen bin und meine Möbel umgeworfen habe oder so, aber sonst eigentlich nicht. Bei manchen ist es, dass es monatliche Wechsel gibt, bei manchen wechselt es ein paar Mal wöchentlich oder alle paar Wochen und bei mir ist es täglich oder stündlich. Gamepad Hero fragt, merkst du selbst, wenn du in welcher Phase bist? Das merkt man selbst eigentlich nicht. Man musste mit meiner Therapeutin lernen, was was bedeutet und jetzt haben wir so Listen erstellt für die Manie und für die Depression und wenn ich weiß, dass ich mehrere Symptome davon habe oder mehrere Anzeichen habe, dann muss ich quasi einfach blind darauf vertrauen, dass ich gerade in derjenigen Phase dann bin. Zum Beispiel unglaublich schnelles Sprechen bei der Manie oder dass man in Gedanken sehr viel springt, dass man totalen Schwachsinn redet, dass man die ganze Zeit am Lachen ist, dass man andere Menschen nicht mehr ernst nimmt, Witze auf andere Leute Kosten macht zum Beispiel und physische Gefühle wie zum Beispiel kribbeln in den Armen und in den Beinen und nicht still sitzen können und solche Sachen zum Beispiel. Und bei den Depressionen sind es halt mehr so dieses Klassische, was man kennt, so ruhige Gedanken, dass man nicht mehr aufstehen möchte, dass man eigentlich nur noch für sich sein will und teilweise auch einfach so dieses Klassische, Depressive, traurig sein. Manche Phasen kommen meistens einfach so, depressive Phasen haben oftmals einen Auslöser, wie jetzt zum Beispiel irgendeine schlechte Nachricht oder so oder Streit. Lu Lupol möchte von dir wissen, welche Phase ist dir lieber? Ich glaube, mittlerweile ist es die Depression, weil ich das mehr steuern kann. Also da weiß ich, okay, ich lege mich hin und ich schlafe und es ist vorbei. In der mannischen Phase habe ich mich selbst absolut nicht mehr im Griff. Das ist alles auch für meine Mitmenschen schwieriger und das merkt man einfach. Ponyo möchte von dir wissen, gibt es auch normale Phasen dazwischen? Die kann es geben, sogenannte neutrale Phasen dazwischen, wo man weder noch hat oder weder noch merkt. Aber je weniger kurz die Abstände dazwischen sind, desto weniger neutrale Phasen gibt es. Also bei mir sind die eigentlich nur inexistent. Carina Seeberg fragt sich, ist der Sex während einer Hochphase besser? Ja. Ginstergelb möchte von dir wissen, hast du Halluzinationen in deinen Hochphasen? Ich habe ja auch so psychotische Ansätze. Paranoidität zum Beispiel, dass wenn ich draußen spazieren gehe und mir Leute entgegenlaufen, und dass ich denke, die gucken mich doch alle gerade komisch an oder die laufen mir hinterher oder Autos fahren mir hinterher oder sowas und dann werde ich unruhig. Ich denke zum Beispiel manchmal auch, dass ich nachts irgendwas höre und dass Einbrecher bei mir zu Hause sind oder so. Ja, das habe ich. Führst du auch selbst Gespräche? Ja, aber das ist glaube ich so ein grundlegendes Problem von mir. Shikamaru Nara möchte von dir wissen, was war die krasseste Situation in extremer Euphorie? Ich war mal feiern und da habe ich nicht geglaubt, dass ich bipolar bin und ich habe sehr viel Alkohol getrunken, ein bisschen zu viel. Und dann hatte ich sowas wie Ideen von wegen, okay, ich steige jetzt in die Bahn und ich fahre jetzt einfach irgendwo hin oder ich gehe nach London. Ich wollte immer in Oxford studieren, weil ich dachte, ich wäre Stephen Hawking oder sowas wie die weibliche Stephen Hawking. Oder halt vor Autos laufen, um zu gucken, ob ich dann sterbe. Ich muss sagen, dass ich viele Freunde verloren habe, dass ich mich auch sehr davon distanziert habe, dass die das merken. Der einzige Mensch, der das merkt, ist meine Freundin und die muss das, glaube ich, einfach aushalten, aussitzen und dann ist es wieder vorbei. Mittlerweile sind sie nicht mehr so stark, weil ich Medikamente dagegen nehme, die das, ja, so weit es geht, stabilisieren. Und, ja, aber sagen wir so, viele Freunde sind einfach gegangen, weil es zu schwierig war. Was erlebst und fühlst du, dass Menschen ohne bipolare Störung nicht erleben? Das ist natürlich für mich dauernd so, als wäre ich unter Drogen und sehe die Welt einfach anders. Teilweise viel schöner und nehme viel mehr wahr als andere Menschen und muss mir dafür keine Dinge einschmeißen und kein Geld bezahlen, sondern ich kriege das quasi einfach so. Und auf der anderen Seite, ja, sehr extreme Traurigkeit, die ich auch nicht unbedingt haben wollen würde, denke ich. Kanye West hat zu seiner bipolaren Spürung mal gesagt, das ist eine Superpower. Siehst du das auch so? Ich glaube, das ist phasenabhängig, ob ich das so sehe, aber ich glaube teilweise schon. Es ist einfach cool, dass man die Fähigkeit hat und dass man teilweise so von sich selbst überzeugt ist, dass man denkt, die Welt gehört mir. Ich bin Gott quasi. Ich habe alles in der Hand und sowas. Und das ist einfach wirklich ein tolles Gefühl, ja. Rosa Roth fragt sich, was ist das Schlimmste an einer bipolaren Störung? Dass man die Kontrolle verliert, weil es sich anfühlt, als wäre man nicht mehr man selbst. Ich weiß, dass, als ich diese starken Stimmungsschwankungen hatte, die dann stündlich sich gewechselt haben, ich konnte mich auf meine Meinung nicht mehr verlassen, weil es so war, dass ich in den manischen Phasen so geredet habe und in den depressiven so und ich dann überhaupt nicht mehr wusste, was ist jetzt wirklich meine Meinung und wo ist da mein Charakter und wer bin ich eigentlich? Und das war komplett weg, ja. Umi Glem möchte von dir wissen, hast du Angst, während einer depressiven Phase Suizid zu begehen? Ja, hätte ich. Teshted fragt sich, nimmst du viele Medikamente? Ich nehme Quetheapin, das ist so ein Stimmungsstabilisator. Davon nehme ich 150 Milligramm, das ist relativ wenig. Ich würde sagen, ohne die Medikamente war ich ein, ja, nicht so ein netter Mensch. Ich war wenig selbstreflektiert, war überhaupt nicht kritikfähig, konnte überhaupt nicht mit anderen Menschen umgehen und agieren und hatte keinen Zugriff auf die Welt da draußen. Und durch die Medikamente bin ich ein sehr offener Mensch und bin tatsächlich auch empathievoller geworden und kann mit anderen Menschen gut umgehen und mit mir selbst auch. Inuit Max fragt sich, ist das heilbar? Die Chance, dass man die Phasen wiederkriegt, vor allem wenn die so stark sind, liegt bei mir zum Beispiel anscheinend bei 80 Prozent, habe ich mir sagen lassen. Also heilbar ist es nicht. Josh Minister interessiert, wirken Drogen bei dir extremer als bei anderen? Mein Neurologe hat damals dazu gesagt, wenn ich es machen würde, müsste ich davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich so krass überschwänglich werde, dass ich versuche, mich umzubringen. Anna 01 fragt sich, sagst du bei einem Date, dass du bipolar bist? Ja, ich würde es sagen, aber nicht direkt beim ersten Date. Wie hat deine Freundin reagiert, als du es ihr gesagt hast? Gut. Sedi fragt sich, kannst du ganz normal arbeiten? Ich hatte damals eine Ausbildung als Friseurin angefangen. Das durfte ich dann nicht weitermachen von meinem Arzt. Ich darf ungefähr drei Stunden pro Tag arbeiten, brauche quasi so viel Ruhe wie nur möglich und darf nicht so arbeiten. Was würdest du gerne machen, wenn du es dir aussuchen könntest? Tatsächlich das, was ich jetzt vorhabe zu machen und zwar tätowieren. Elisa Schwarz fragt sich, kannst du dir überhaupt ein Leben ohne diese Phasen vorstellen? Nein, nicht mehr. Also ich bin da drauf so gut eingestellt mittlerweile, dass ich damit auch, glaube ich, gar nicht gut zurechtkommen würde. Als ich die Medikamente angefangen habe, war das für mich unglaublich schwer, mich darauf einzustellen, dass diese krassen Emotionen nicht mehr existieren. Ich hoffe, ihr seid nach dem Video ein bisschen schlauer als vorher. Wenn ihr euch mehr aus dem Leben eines depressiven Menschen anhören wollt, dann könnt ihr hier das Video von Myri anschauen. 7-2-8-14 3-5 4-15 4-5 8-5 8-5